Geschwisterlichkeit für mich ist wie Freundschaft. Irgendwas, das verbindet mich mit den Leuten, die ganz nah zu mir sind. Für mich ist das wie Verborgenheit zusammen, also Geborgenheit, etwas wo ich mich einfach verlassen kann. Geschwisterlichkeit ist die Kunst, in anderen Menschen, egal wie nahe er mich steht, immer potenziell den Bruder oder die Schwester zu sehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Nochmals... Werder? Werder? Untertitelung des ZDF, 2020